Moin Moin und seid gegrüßt zu einer neuen Forza-Wochenausgabe. Wir starten heute gemeinsam in die Sturmsaison, also den Herbst in Mexiko und das ist ja vom herbstlichen Wetter auch unserem etwas ähnlich, zumindest naja, was die Regenanteile ausmacht und dass es halt doch eben auch mal ein bisschen nebliger wird. Schauen wir mal hier auf die Belohnungen und starten mal ganz kurz hier mit dem Serienfortschrittsfahrzeug. Es gibt nämlich den Ferrari SF90 Stradale bei 80 Punkten. Also wer zwar sagt, er kann mit dem aktuellen Morris Mini Traveler nichts anfangen, kann vielleicht trotzdem die Punkte sammeln, denn er kommt dem Ferrari SF90 ja nochmal näher und wer den Wagen vielleicht verpasst hat, hat jetzt hier überhaupt erst noch einmal die Chance, den Wagen sicher abzuräumen, denn im Auktionshaus ist er ja auch noch extrem teuer. Ja, schauen wir mal hier auf die Fortschrittspunkte. 20 brauchen wir also für den Morris Mini Traveler, den wir uns natürlich später auch nochmal kurz anschauen werden und wer die Monatsaufgaben gemacht hat, kann gleich hier rüberspringen zur Wochenaufgabe oder zu den Wochenaufgaben und natürlich gibt es da auch wieder einen Forzaton. Dazu brauchen wir den legendären BMW M3 GTR aus der E46 Baureihe. Der einzige übrigens in dieser Baureihe mit einem V8 Motor unter der Haube und den, so schreibt Forza, müssen wir auf die Straße bringen und zwar hier den großen stinkenden V8, der Luxusrennwagen von BMW. Ob es ein Luxusrennwagen ist, ist sicher eine ganz eigene Frage, aber ich glaube, man möchte hier mit der stinkenden V8 Version ein bisschen andeuten, dass so langsam selbst in Forza die klassischen Antriebsvarianten neben den Elektroversionen unbeliebt werden. Hm, mal schauen, wo das Ganze noch so hinführt. Wir brauchen auf jeden Fall den Wagen auf der Straße und müssen mit dem Modell erstmal 8 Kilometer weit fahren. Anschließend müssen wir eine Draufgängerfähigkeit absolvieren, das heißt also eine Burnoutfähigkeit kombinieren mit einer Fasttrefferfähigkeit und dann müssen wir anschließend 9 Sterne bei PR-Stanz sammeln. Bei den täglichen Forza und Herausforderungen gilt wie immer, wir schalten sie erst im Lauf der Woche nach und nach frei. Für jede absolvierte Aufgabe gibt es dann hier einen Punkt und 20 Forza und Punkte und die Punkte können wir dann hier im Shop wie immer investieren. Zum Beispiel diese Woche in den Pagani Sonder R aus 2010 für 600 Forza und Punkte, den Königseck CC8S für 300. Es gibt wieder ein besonderes Oberteil, diesmal ein T-Shirt von Donut Media und es gibt die Pinball Automat Hupe freizuschalten. Ja, ein bisschen schade, dass der Forza und Shop hier in den letzten Monaten oder seit Release des Spiels nicht so wirklich mit guten Angeboten aufwarten kann. Ich denke, euch geht es da wahrscheinlich wie mir. Immer mehr Punkte liegen hier ungenutzt einfach nur rum. Bei Horizon Arcade gibt es wie immer die Minispiele, also drei Runden insgesamt. Dafür können wir 60 Forza und Punkte sammeln und nochmal drei Punkte für die Festivalspielliste. Schauen wir als nächstes auf die lohnenswerteste Einzelaufgabe in der Festivalspielliste, die wöchentliche Prüfung mit dem Namen Bumper to Bumper. Hier gibt es den Mini John Cooper Works Buggy freizuschalten, neben vor allem 10 Punkten für die Festivalspielliste. Und das Ganze findet hier in der Dirt-Renn-Serie statt mit einem B-Klasse-Fahrzeug bis 700 eurer Wahl. Es gibt also keine weiteren Fahrzeugbeschränkungen, aber klar ist natürlich auch, ein tiefgelegter Sportwagen dürfte hier nicht die richtige Wahl sein. Weiter geht es dann mit insgesamt drei saisonalen PR-Stunts, jeweils unterschiedliche Arten. Das ist doch schon mal ganz schön. Es gibt zum Beispiel hier einen Gefahrenschildsprung mit dem Namen La Mesa. Hier müssen wir 300 Meter weit springen, ihr seht, das ist deutlich mehr als das Drei-Sterne-Ziel. Dafür dürfen wir aber auch im S2-Klasse-Fahrzeug unserer Wahl antreten und ihr braucht beim Absprung etwas mehr als 300 kmh Geschwindigkeit. Als nächstes schauen wir auf eine Blitzerzone im Westen der Karte und auch hier müssen wir wieder schneller sein als unser Drei-Sterne-Ziel. Um genau zu sein, 249,4 kmh ebenfalls in einem S2-Klasse-Fahrzeug unserer Wahl. Und es gilt wie immer bei Blitzerzonen, man muss nicht so ganz genau der Spur folgen. Man darf ruhig auch mal ein bisschen schneiden, um hohe Geschwindigkeiten beibehalten zu können. Zuletzt gibt es dann noch eine Drift-Zone und das ist hier die längste Drift-Zone im Spiel. Wir müssen nämlich den gesamten Vulkan-Hügel hoch- bzw. runterdriften. Runter finde ich deutlich leichter, aber auch hier müssen wir deutlich mehr als die Drei-Sterne erreichen. Und zwar das Doppelte. Eine Million Punkte in einem S2-Fahrzeug, also da braucht es auch ein bisschen Skill. Haken wir mal als nächstes noch schnell die saisonalen Meisterschaften ab. Hier gibt es eine, bei der wir den Aerial Atom gewinnen können und zwar in einem Hypercar der S2-Klasse. Daneben gibt es noch fünf weitere Punkte. Dann bekommen wir bei der Meisterschaft Pop-Up Headlights den Dodge Durango freigeschaltet. Und der hat ja keine Pop-Up Scheinwerfer, aber die Fahrzeuge, mit denen wir teilnehmen dürfen, die müssen Pop-Up Headlights haben und zwar in der B-Klasse. Ihr seht zum Beispiel hinten dran den Honda NSX-R, also das ist so ein Fahrzeug, das dafür passen würde. Auch da gibt es fünf Punkte Fortschritt und unten drunter gibt es den Honda NSX-R auch zu gewinnen. Wer den Wagen also noch nicht hat, aus 1992, also dem Basis NSX-R, der kann ihn hier bei der Meisterschaft High-Low freischalten, neben natürlich weiteren fünf Punkten für die Spielliste. Als nächstes gibt es dann noch ein paar Herausforderungen und die sind doch ziemlich kurz ausgefallen in der Woche. Es gibt keine Schatzsuche, es gibt keine Horizon Open Herausforderung, aber immerhin gibt es hier eine Photo-Challenge mit dem Hashtag MoPowerBaby. Wir müssen hier den 2017er RAM 2500 Power Wagon am Damm von Sierra Verde fotografieren. Den findet ihr natürlich wie immer ausgezeichnet ganz leicht auf der Karte. Dafür gibt es eine Autohupe freigeschaltet und zwei Punkte und eine ganz witzige Aufgabe hier bei den Sammelobjekten. Es gibt nämlich jetzt auf der Karte riesige aufgeblasene Donuts, die überall teilweise querfeldein, aber auch auf der Straße zu finden sind und davon müssen wir zehn umbügeln, um drei weitere Punkte Fortschritt zu bekommen und den Porsche 911 GT3 RS aus 2016, also die Vor-Facelift-Variante. Zuletzt gibt es noch wie immer bei der Hot Wheels Erweiterung sieben Punkte freizuschalten. Einmal für einen Blitzer gibt es zwei. Da können wir mit einem S2 Fahrzeug antreten und bekommen dann noch obendrauf einen Super Wheelspin. Und dann gibt es fünf Punkte und den AMC Gremlin bei der Saisonmeisterschaft Autofreuden. Und damit sind wir auch schon wieder durch mit der Festival-Spielliste. Das heißt, wir schauen gleich auf den Morris Mini-Traveller. Doch bevor wir dazu kommen, lass mich nochmal ein, zwei Punkte zur aktuellen Serie sagen. Ich weiß, viele von euch sind ziemlich enttäuscht, dass wir in den nächsten Wochen nur alte recycelte Fahrzeuge bekommen, die noch dazu sich die wenigsten gewünscht haben. Ich denke, weder du, auf jeden Fall ich, habe sie nicht auf der Wunschliste unbedingt stehen, die Fahrzeuge. Und es ist halt leider so, dass es aktuell auch ein bisschen zäh ist, dann Forza anzuwerfen, Punkte zu sammeln für Fahrzeuge, die man nicht wirklich sammeln möchte. Ich meine, es gibt immer welche, und dazu gehöre ich letztlich auch, die irgendwie alles im Spiel sammeln wollen an Fahrzeugen. Aber es ist nicht so, dass ich mich jetzt wirklich über diese Fahrzeuge freue, die in den nächsten Wochen reinkommen. Nichtsdestotrotz, wir dürfen nicht vergessen, im Hintergrund arbeitet Playground Games an der zweiten Erweiterung. Und wie du wahrscheinlich aus der Vergangenheit weißt, gibt es ja in jedem Forza Horizon-Teil eine Fantasy-Erweiterung. Schon in Horizon 3 gab es Hot Wheels, dann kam in Horizon 4 Lego jetzt wieder Hot Wheels. Und dann gibt es eine zweite Erweiterung, die auf einer realistischen Basis aufgebaut wird. Das heißt also, hier werden in der Regel die Community-Wünsche, ja, man könnte sagen, schon gut erfüllt und darüber hinaus meistens auch irgendeine Überraschung geliefert, was auch so ein bisschen auf Features vielleicht sogar für den nächsten Horizon-Teil schon hindeutet. Nichtsdestotrotz heißt das also, auch wenn es jetzt ein bisschen zäh ist, vielleicht bekommen wir schon mal zur Weihnachtsserie noch mal ein paar Extras, vielleicht auch ein paar Wunschfahrzeuge, einfach weil Weihnachten ist, dürfen wir auf jeden Fall im Hinterkopf schon mal behalten. Es wird bald wieder richtig viele und krasse Inhalte geben. Zum einen wird es die zweite Erweiterung geben, wo ich wirklich große Hoffnungen drauf setze. Zum anderen wird es da natürlich auch ein Carpack wieder geben. Es gibt also eine ganze Menge neuer Fahrzeuge, die kommen. Also wir dürfen hier auf jeden Fall nicht denken, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen Service, Ende von Horizon und es jetzt wird langweilig und so weiter. Nein, sondern im Hintergrund wird halt aktuell intensiv an Horizon gearbeitet. Und lasst uns daher einfach mal gespannt sein auf das neue Jahr, was da kommen wird. Und ich bin sicher, wir kriegen noch eine ganze Menge Content, der auch wieder spannender wird, selbst wenn es jetzt so ein kleines Tief ist. Genug gesagt dazu. Ich denke, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Wir schauen jetzt auf jeden Fall mal auf den Morris Mini Traveller. Schauen wir mal also hier auf unser Modell aus dem Jahr 1965. Da wurde der Morris Mini Traveller bereits fünf Jahre gebaut. Ab 1960 gab es dieses Modell, baugleich übrigens mit dem Austin 7 Countryman. Und das sind eben, wie man sieht, bis zur B-Säule eindeutig mal Mini-Gene, die hier getragen werden. Und ab der B-Säule nach hinten hat man dann einen Kombi-Aufbau mit einem Holzrahmen. Der ist übrigens nur zu Deko-Zwecken. Also früher gab es tatsächlich aus der klassischen Kunst der Stellmacherarbeit noch Karosseriebauer, die Holzkonstruktionen zuerst gebaut haben und darauf befestigt dann die Bleche der Karosserie angeschlagen haben. Hier ist es tatsächlich so, man sieht es auch so ein bisschen, wenn man nach innen schaut, dass wir eine selbsttragende Stahlkarosserie haben und nur außen zu Deko-Zwecken diese Holzkonstruktionen noch aufgeschlagen worden sind. Es soll also so ein bisschen nostalgisches Feeling geben. Es ist zudem eine luxuriösere Ausstattung, aber es hat eigentlich keine Funktionalität mehr für das Fahrzeug. 1969 war dann Schluss nach etwas über 200.000 Exemplaren, die von diesem Typ gebaut worden sind. Ja, und das war auch der letzte Mini, der tatsächlich noch eine echte Holzkonstruktion bekommen hat an den Seiten. Denn der Nachfolger, der hat nämlich dann eine Plastikfolie aufgeklebt bekommen und das ist dann halt wirklich cringig. Also wenn schon Holz, dann finde ich muss das halt auch echt sein. Abgesehen davon ist aber auch der Trend dann in den 70ern vorübergegangen. Also es ist halt etwas, was in diese Zeit typischerweise passt. 35 PS dazu knapp und das bei 600 und irgendwas Kilo. Das ist natürlich eine Kombination, die einigermaßen tauglich ist. Nichtsdestotrotz, es ist kein sportliches Fahrzeug und war halt eben ein Kleinwagen, der gerade so im städtischen Bereich sehr beliebt war. Zuletzt schauen wir ja üblicherweise noch ins Auktionshaus und schauen uns dort mindestens ein lohnenswertes Fahrzeug an. Aber du siehst, den Ferrari SF90 Stradale kannst du dort nicht verkaufen, selbst wenn du jetzt schon weißt, dass du ihn in ein paar Tagen wieder freischalten wirst. Dafür würde man sicher einige Millionen bekommen, aber das Auktionshaus ist derzeit down. Ja und warum ist das so? Denn es gibt einen Exploit, also es gibt einen Glitch, einen Fehler im Spiel, der ausgenutzt wird von Spielern. Allerdings werden wohl keine Spielerbands ausgesprochen, aber auf jeden Fall ist ja das Auktionshaus gerade offline aufgrund dieses Fehlers. Und man arbeitet daran, diesen schnellstmöglichst zu beheben, dass das Auktionshaus dann in den nächsten Stunden oder Tagen wieder freigeschaltet wird. Falls das bis nächste Woche nicht der Fall sein sollte, informiere ich euch. In jedem Fall bedanke ich mich nun bei dir fürs Zuschauen, wünsche dir nun eine schöne Restwoche und natürlich hoffe ich, du hast dem Video ein Däumchen nach oben dagelassen und den Kanal abonniert. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut. Ciao.